Harry, gefangen in der Zeit Eine Produktion der Deutschen Welle Folge 40 After a marvelous meal with Helen Harry seems to be feeling good For the first time in ages Helen, vielen Dank Heute ist ein schöner Tag Obwohl wir tot sind Der Rotwein ist wirklich lecker Sehr lecker Es geht uns gut, sehr gut Uns geht es saugut Ach, das ist nur diese Demo Demo? Demo, eine Demonstration Lass uns auf den Balkon gehen und gucken Kannst du die Transparente lesen? Ich hab meine Brille nicht auf Transparente? Oh, the signs I can read them, but I don't understand them Stoppt das Experiment The people are demonstrating against some experiment Gegen etwas demonstrieren Why are they on a demonstration against an experiment? Keine Ahnung, warum sie gegen ein Experiment demonstrieren Nach diesem Experiment Ist vielleicht niemand mehr da? Niemand Listen to her The demonstrator says That after the experiment There might be no one left Die Demonstrantin macht einem richtig Angst That's right She's really scary Helen That's got nothing to do with people like us Who are in a time warp Das ist nicht unser Problem Mit der Zeit spielt man nicht Warte mal Niemand hat das Recht Die Zeit zu manipulieren Was redet sie da? Man darf nicht die Zeit manipulieren? Manipulating time? Helen, that could mean The experiment is responsible for the time warp Das Experiment ist schuld an der Zeitschleife? Ja, we need more information Wir brauchen mehr Informationen Ask the demonstrator Ja, good idea Harry, wohin... Ich gehe raus und frage die Demonstrantin Na dann, geh nur Ich muss sowieso noch arbeiten Viel Glück Bis bald, Helen Und vielen Dank für das Essen Es war sehr lecker Oh, what a crowd! Oh, Entschuldigung Darf ich durch? Danke Oh, I've got to get through here Hallo Entschuldigung Darf ich durch? Wir demonstrieren gegen das Experiment Wir engagieren uns für die Natur This is getting better all the time Demonstrieren gegen Sich engagieren für They're not just demonstrating against the experiment They're also standing up for nature Excuse me Hallo Entschuldigung Sie demonstrieren gegen das Experiment Damit die Welt eine Zukunft hat The demonstrator has come here So that the world will have a future Harry is here so that He can find out more about the experiment Damit So that is a conjunction which indicates purpose The verb goes to the end of the clause Hallo Ich bin hier, damit ich mehr über das Experiment erfahre Wir demonstrieren gegen das Experiment Um eine Katastrophe zu verhindern Um eine Katastrophe zu verhindern To prevent a catastrophe The conjunction um zu also indicates a purpose The verb also goes at the end of the clause But it's in the infinitive Harry muss zuhören, um Deutsch zu lernen Wonderful, but I really don't have time for your lectures right now I've got to get on and do something Stop, stop, ich muss mit Ihnen reden Was wollen Sie denn? Warum demonstrieren Sie gegen das Experiment? Lesen Sie keine Zeitung, um sich zu informieren? Of course I read the paper Every morning Harry Aber ich kann nicht gut Deutsch Ich komme aus Traponia Ich liebe Traponia I was an Exchange Student at the University of Traponia How lovely I don't believe it A voice from my homeland Phew, that means I can rest a bit My name is Harry Harry, Harry Walcott What's yours? Ich bin Jenny Listen, Harry I'll let you know what's going on Ja, bitte Also Das Max-Planck-Institut in München will ein schwarzes Loch herstellen Ich meine, stell dir das vor Stop, stop, stop Just help me out a bit What is ein schwarzes Loch? Oh, sorry A research centre in Munich wants to create a black hole A sort of artificial mini-hole which will bend time and swallow material Do you understand? Wenn das Experiment außer Kontrolle gerät I mean, if the experiment gets out of control, Harry Time will be all over the place But time is already all over the place Heute Nacht Tonight, shortly before midnight Is when the experiment is supposed to begin That's exactly the time at which I was thrown into a time warp Zeitschleife? Harry Ich verstehe nicht, was du meinst Aber Listen The experiment must not be allowed to take place It's caused a time warp It's bent time You've got to stop it Harry Wir demonstrieren gegen das Experiment But the codes have already allowed it There's always a way One could sabotage the experiment Sabotieren? Aber das ist nicht so einfach Moment Ich habe eine Idee Hier Nimm diese Visitenkarte This business card is from Tom Fauser He's our best environmental activist Tom Fauser Umweltschützer Friedrichstraße 23 10115 Berlin Tom Fauser plant eine Aktion gegen das Experiment An action to oppose the experiment? Ja He's looking for people to work with him So get in touch As soon as possible So schnell wie möglich Danke Das mach ich sofort, Jenny Ja, do it at once Thanks a lot You saved my life Helft Harry Lernt Deutsch DW.com Slash Harry Lernt 3 Gotta Hobor Hobor Joe J Bis zum nächsten Mal.